So, meine Damen und Herren, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play AC Odyssey. Alter, das Boot ist gerade ganz schön slow irgendwie, hä? Wir sind auf dem Weg in Richtung Kultist. Wieso ist es so slow gerade? Jetzt gib mal Gas hier bitte. So. Das war vielleicht, weil ich gerade kurz rausgetappt bin. Alter, das sah gerade geil aus hier. Boah, yo. Da muss ich, Moment. Da muss ich mir gerade mal ganz kurz die Freiheit nehmen. So. Geil. So. Okay. Ist dieser Kultist, so wie es aussieht, gerade auf dem Meer, hä? Ja, 900 Meter, der ist auf einem Boot. Okay. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Boot anhält, wenn man in den Adler übergeht. Aber okay. Ich hoffe, die hier greifen mich nicht an. Okay, doch. Tun sie. Ich bin in den Rücken gefahren. Und Deckung. Und rein. Und. Jo. Oh Gott. Und. Bap. Oh Gott. Moment. Kurz Deckung gehen. Und. Gebt ihnen saures. Ja, wobei. Weißt du was? Woll ich? Ah, doch. Ich enter. Komm schon. Entern oder spalten, weil dein Schiff verwundbar ist. Okay. Habe ich nicht gehört. Habe ich nicht mehr Zeit gehabt, hier das zu lesen. Oh Gott. Okay, die wollen mich auch beschießen, sozusagen. Okay. Nicht so krass. Okay, kurz rüber. Und. Du bist. Du bist tot? Ja. Okay. Oh Gott. Okay. Aua, 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 aua. Moment. Na, komm. Okay. Und. Aua. Friss meinen Sperr, du Arsch. Und zack, 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 zack. Aua, 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 aua. Moment. Gib ihm. Und gib ihm. Und. Gib ihm. Und du kannst kurz fliegen gehen. Und in deine Fresse. Wie Sido so schön gesagt hat. Oh Gott. Okay, Moment. In die Fresse mit der Keule. In die Fresse mit der Faust. Und zack. Friss, friss. Fertig. Gut. Okay, kurz. Hatten die Typen hier etwa kein Loot? Okay. Dann muss ich wohl mich mit den Kisten zufrieden geben. Ey. Nein. Das Schiff darf nicht sinken, bevor ich alles habe, Freunde. Und tschüss. Gut. Da vorne ist also der... Kann man hier eigentlich auch mal ein schönes Bild machen? Geil. Okay. Okay, wir drehen kurz hier. Kann ich das vielleicht sofort spalten hier? So. Lol. Äh. Okay, rückwärtsgang. Okay, kann ich nicht. Ich habe gedacht, das droppt doch normalerweise auch nur ein paar Materialien und so, oder? Tut es das nicht. Ah, sieht nicht danach aus. Okay. Boah. Weißt du was? Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die ganzen Kämpfe hier die ganze Zeit. Aber es muss wohl sein. Deckung und... So. Oh. Ganz knapp daneben, Alter. Oh Gott, das war nicht so geil, glaube ich. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Ja. Nicht so geil, Freunde. Bereit zum Feuern! Der Feindfeuer legt zu! Bereit zum Rammeln! Der Feindfeuer! Hallo? Ich glaube, ich nehme zu wenig Deckung. Ja. Ich glaube, das hier überlebe ich nicht, Freunde. Oh Gott, okay. Nein! Okay, das Kultistenboot will mich. Ich würde auch von drei Booten gleichzeitig angegriffen zu werden. Das ist natürlich ungeil, von drei Booten gleichzeitig angegriffen zu werden. Ich verstehe auch nicht richtig, worauf das beruht, ob man angegriffen wird oder nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder im Hafen. Oh nein, oder? Oh Mann! Willst du mich komplett verarschen? Okay, weißt du was? Wir reisen hier hin, wir holen das Schiff, dann fahre ich von da aus los. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. So. Dann lasse ich mich raus hier. Ein Licht! So. Ich gehe jetzt zu dem Bootssteg da vorne. Ich glaube, man kann sein Schiff da hinrufen, ne? Ich hoffe es zumindest, sonst ist es ein bisschen blöd. Es sieht so aus, als ob hier die Sachen echt respawnen. Hm. Kann ich jetzt mein Schiff hier anrufen? So. Und es wird Tag. Ja, das ist doch nice, oder? Ey, Boys! Was ist da los, ey? So. So. Gut, äh, dann wollen wir doch mal. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, aber okay, hier hin. Dann, äh, bitte. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ich habe Spaß. Scheint ein bisschen freier zu sein, hier. Oh, der hat Begleiter. Vielleicht haben die mich deswegen alle angegriffen, hä? Kann das sein? Piraten. Leichte Alpha-Terriere. Scheint nicht, als ob das, äh... Hm. So. Weckung, Freunde. Oh Gott, Feuerpfeile. Okay. Nein, die haben wieder Freunde. Das gibt's noch nicht. Der versucht, uns zu rammen. Ich ramme die. Ja. So. Nein. Und so. Jetzt Deckung, Freunde. Und rein. Und rein. Und rein. Und rein. Deckung. Und... Skibidi-papp-papp. Und Pfeile. Oh. Sperre. Deckung. Pfeile. Deckung. Gas geben. Papp. Oh Gott. Deckung. Deckung. Nein, keine Deckung. Okay, Moment. Deckung, Freunde. Und... Boom. Ey, da klettert noch einer aus dem Ding raus, ey. Okay, öffne das Kultisten-Menü. Welcher ist jetzt tot? Der hier? Nein. Welchen hab ich denn gerade getötet? Für 16. Muss ich hier irgendwas bestätigen? Nee, ne? Nein. Ich glaube, die hatten schon auch nicht das, ne? Deswegen... Weißt du was? Wir verpissen uns. Gerade gar keine Lust mehr auf die. Was bist du denn? Stufe 16. Okay. Wir verpissen uns in die Richtung. Ich versuche sie zu outrunnen. Oh. Ach, da. Okay. Ich hoffe, dass sich meine Leben hier regenerieren können, bevor ich hier gefickt werde, sozusagen. Oh, die kommen mir hinterher. Ich muss sagen, die Seeschlachten sind zwar nice und so, aber irgendwie haben die mir in Black Flag mehr Spaß gemacht als hier. Welcher ist denn das hier? Wenn ich hier mal kurz gucken kann. Du bist... Die Kreatur von... Okay, das heißt, das ist irgend so ein Gladiator hier, oder? Nein? Midas. Ach, der kennt Tau. Der ist ein Tau. Ich habe die Kreatur gelesen, hä? Ich spiele... Also, lesen ist echt nicht mein Ding hier, irgendwie. Naja. Wie sehen meine Leben eigentlich aus? Regeneriert sich das Schiff jetzt langsam wieder, wenn ich kurz langsam fahre? Oder wie kriege ich hier die Leben wieder? Er verfolgt mich immer noch, hä? Naja, dann mal Gas. Ist ja egal. Ich töte jetzt alle Kultisten, die unter Level... Unter Level 18 sind. Und dann upgrade ich den Speer von Odysseus. Hoffentlich. Der hier ist zumindest an Land. Ich hoffe, dass das ein Vorteil ist. Weil, äh... Also, die Seeschlacht war ja schon irgendwie ein bisschen krass hier, hä? Naja. Äh... Was ich noch gucken wollte gerade auf der Karte. Man kann ja wohl hier so eine Legenda sich anzeigen lassen, ne? So, ja. Äh... Die Arena der Extreme. Wo ist die denn? Weil ich finde die nicht. Das wollte ich ja schon länger mal gucken, wo der ist, oder? Die Arena der Extreme. Ist die ein Sparta oder so? Midas. Ich sehe hier auch sonst keine Kultisten mehr, ne? Ich glaube, ich habe keine mehr aufgedeckt statt... Äh, statt. Als die, die ich jetzt schon aufgedeckt habe. Oder die ich jetzt schon weiß, wo die sind. Hier unten? Ne. Ich weiß keine mehr, außer die drei, glaube ich. Hm. Okay. Dann holen wir uns den Kultisten. Und in der nächsten Folge schnell reisen wir dann zu dem anderen. Auf welcher Seite ist denn der hier? Okay, ich glaube, ich glaube, es ist egal, ob ich hier anlege oder auf der anderen Seite. Das heißt, ich werde das Schiff hier anstellen, anlegen. Und, äh... Okay, da hat sich das Schiff einfach gerade repariert. Und, plopp. Gleich hätte ich näher an Land fahren können. Mal kurz gucken hier. Unter Wasser sieht der immer ganz geil aus. Uh, da kann man dem auch erstmal unter den Rock gucken hier. So. Die, da, 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 die. So. Und hoch. So. Die Habstinseln, ja? So sieht das aus hier, Freunde. Zack. Oh, hallo. Ja! Geil, okay. Haben wir hier irgendwo einen, äh, dä, 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 Aussichtspunkt in der Nähe? Was ist das hier? Schlachtfeld des Staates Abbas. Ah, was, was? Okay, ich versuche gar nicht erst, das zu lesen. Hier ist ein Aussichtspunkt. Das heißt, ich werde fett drauf scheißen und einfach den Kultisten stattdessen holen. Der ist wahrscheinlich in irgendeinem Lager oder so. Moment. Oder sowas drin. Uh, was haben wir dann hier? Das sieht aus, als ob es das Lager wäre. Das sind echt Herbstinseln hier, hm? So, Moment. Hier scheine ich nicht wirklich... Moment. Da ist eine Höhle. Okay, ich muss doch durch das Lager durch. Alles klar. Gut, ähm. Verlassene Mine. Hm, so verlassen sieht die ja gar nicht aus, wenn man mich fragt. Kurz hier alle markieren, die hier am Stüssel sind. Ich glaube, da habe ich alle. Und ja, es sieht schön aus und so weiter, aber Nacht ist, äh, wesentlich einfacher, mich da durchzuschleichen. Und ich werde jetzt einfach nur auf den Kultisten-Kill gehen. Ich versuche jetzt gar nicht erst, die anderen Typen mitzunehmen. Oh, dat ist ungeil. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Das ist wahr. Deswegen wirst du bitte nicht erwischt. Oh Gott, okay. Sag mir nicht. Das hat ja super funktioniert. Zum Glück ist Nacht und ich kann weglaufen. Guck mal, Alter. Das sind drei Typen, die ich gar nicht gesehen habe. Mit dem Adler. Okay. 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 Und. Ach, du bist der Kultist? Oh Gott, okay. Pff. Wie geil war das denn gerade? So. Aua. Nein. Ich bin friendly. Aua. Sorry, Freundchen. Nee, du warst gar nicht der Kultist, hm? Ich habe gedacht, das wäre der Kultist. Bist du sicher? Gut. Du bist mir nicht gewachsen. Was? Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Gut. Oh, shit. Okay, nicht so geil. Haha. Okay. Wer will hin? Hä? Guck mal her, Freundchen. Einer von euch. Irgendeiner. Oh Gott. Warum, Alter? Aua, 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 Moment. Okay. Versuchen wir das Ganze nochmal hier. So. Und du? Was? Willst du mich verarschen? Okay. Das war vollkommen unverständlich, aber gut. Weißt du was? Dann machen wir dich halt eben so platt. Sicher? Oh, okay. Ja, wenn ich dich nicht da runter schießen kann, dann schieße ich dich vielleicht hier runter? Ach nee, guck mal, wie weit du gefallen bist, Alter. Krasser Shit hier. Oh, bist du ganz sicher, dass du gegen mich kämpfen willst? Oh. Moment, Aua. Verpisst dich. Was? Wieso überlebt ihr hier alles? Au, 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 au. Nicht so geil. Verrecke endlich! Nee. Lassen wir lieber. Oh Gott. Oh, ich kann die Teile zerschlagen. Okay. Aua, au, 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 au. Okay. Gut. Hätte ich gerade fast angefangen zu weinen. So. Das hat ja schon mal nicht geklappt mit dem nur reinschleichen und den Kultisten töten. Na ja. Freunde, wir schleichen uns in der nächsten Folge rein und töten nur den Kultisten. Bis dann. Ciao.